Wir sind auf der Überholspur gefahren in der Kolonne und auf einmal haben die Auto vor mir zum Schlangen angefangen, zum Schlingen und auf einmal habe ich das Auto vor mir gesehen, auf der Überholspur entgegenkommend. Ich habe es nur weggerissen, mein Auto und wie gesagt, wir sind dann alle zu stehen gekommen und mehr habe ich nicht mehr mitgekriegt und das nachfolgende Auto ist frontal eingefahren und der hat eh total geschraubt. Ich fahre jetzt seit 45 Jahren, habe ich noch niederlebt. Ein bisschen zittrig und wir sind froh, dass wir mit dem Leben noch da vorgekommen sind.